Ja, lecker, Mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Lass uns glücklich sein! Mit Magdalena Rechberger und Judith Sacher. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Heutiges Thema Beckenboden. Ja, und wie geht's dir da damit? Keine Ahnung, weil du dich vielleicht zum letzten Mal bei der Geburt deines Kindes damit beschäftigt hast oder weißt du ganz genau, wovon die Rede ist, weil dich das Thema aktuell sehr in Atem hält, beispielsweise Inkontinenz seit den Wechseljahren oder vielleicht schmerzhafter Sex. So oder so, heute wird's wieder richtig interessant und lehrreich, weil ich mir die Magdalena und die Judith, besser bekannt als die Pelfi-Queens, zu mir heute eingeladen habe. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Dankeschön. Wie immer zu Beginn möchte ich euch bitten, den größten Irrglauben oder auch Mythos zu eurem Thema ein bisschen ja zu entzaubern, im Sinne von, dass man es umkehrt und dass man einfach sagt, ja, so ein Glück, das. Würde ich dir bitten, dass du vielleicht gleich anfängst, Magdalena. So ein Glück, das. Der Beckenboden, ein Muskel ist wie jeder andere Muskel im Körper und dass man ihn auch genauso trainieren kann. Das bedeutet, man muss nicht mit Tröpfchen in der Hose leben. Okay. Judith, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Zum Glück kann man in jedem Alter noch Beckenbodentraining machen und das mit Erfolg. Jetzt habe ich schon gesagt, bei der Begrüßung Schmerzen beim Sex, Urin in der Hose, hast du jetzt auch gerade gesagt, oder auch dieser ständige Handrang, das sind ja jetzt nicht gerade very sexy Themen, wenn wir ganz ehrlich sind, so wie die Wechseljahre, aber ich glaube, das ist dann nochmal so ein Schritt, gerade das Thema Inkontinenz, wo man halt gar nicht drüber spricht oder nicht sehr gerne drüber spricht. Trotzdem habt ihr euch zur Aufgabe gemacht, mit den Pelfi Queens eben allen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich ohne Scham flexibel und von überall aus um ihren Beckenboden zu kümmern. Das habe ich nachgelesen auf eurer Homepage. Da steht das so. Ihr kommt beide aus der Physiotherapie. Ihr habt auch bei der Ausbildung euch beide kennengelernt und eben beide den Thema Beckenboden verschrieben. Warum? Ja, also bei mir war es so ein bisschen die Interesse an einem Muskel, der meistens verschwiegen wird. In der Physiotherapie, selbst in der Ausbildung, haben wir halt kurz davon gehört, aber es war dann schon eher relevanter, die großen Muskelgruppen, wie zum Beispiel die Beinmuskeln oder Armmuskeln zu trainieren. Und ich muss sagen, mir wurde das auch schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Mutter war nämlich Hebame und somit war ich immer mit diesem Thema auch schon ein bisschen verbunden. Ja, und in der Ausbildung haben wir beide eigentlich dann schon relativ schnell gemerkt, das ist die Richtung, wo es uns hinzieht, wofür wir brennen und wofür auch unser Herz schlägt. Judith, wie hast du den Beckenboden gefunden? Ich komme von der Sportrichtung und auch da wurde mir von meiner Mama, die kommt auch aus dem Gesundheitsbereich und aus dem Trainingsbereich immer schon gelehrt, jetzt bitte aktiviere den Beckenboden mit. Also ich habe ganz viel Kampfsport betrieben und da braucht man wirklich eine stabile Mitte. Und auch dann hat sich einfach das Interesse während der Ausbildung vertieft, weil wir gemerkt haben, okay, es ist so ein bisschen ein Know-how da, aber weitergegeben wird es nicht und vor allem, es ist total schambehaftet. Und die Lena und ich, was uns auch in unserer Freundschaft sehr verbindet, wir lieben es, Sachen in die große, weite Welt hinauszutragen und haben da dann einfach uns gefunden, dass wir einfach Frauen befähigen, über dieses Thema, auch wenn es nicht sexy ist, trotzdem zu sprechen. Genau, und ihr macht euch das auch sehr offensiv und ungeniert. Also gerne mal den Instagram-Kanal folgen, auf PelfiQueens, auf Instagram findet man euch, wo ihr euch dem Thema auch sehr ungeniert und einmal ein bisschen anders widmet, was ich natürlich super finde. Jetzt hast du schon gesagt, Beckenboden aktivieren, das ist ja so ein Thema. Beckenboden, erstens, vielleicht können wir das einmal ganz kurz noch klären, was ist denn eigentlich der Beckenboden? Jede Frau und jeder Mensch, also auch die Männer haben einen Beckenboden. Wir haben ein knöchernes Becken, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Trichter oder ein Körbchen. Und dieses Becken muss eben nach unten auch abgeschlossen werden. Und dafür ist dann der Beckenboden da. Das sind wirklich drei Muskelschichten, die dieses knöchene Becken auskleiden, verschließen. Und ja, da hat er dann auch eine wirklich wichtige Wirkung eben auf die Kontinenz. Aber da sind wir auch dann schon dabei, wie wichtig seine Haltefunktion für die Organe zum Beispiel ist oder auch für die Körperhaltung selber. Also er spielt in ganz, ganz vielen Dingen eine wichtige Rolle. Jetzt zum Beispiel bei meinem Fitnesstraining, das ich gerade mache. Ich habe ja dieses Vorhaben, dass ich im Februar 2025 fit wie nie bin, sagt meine Fitnesstrainerin auch, weil Beckenboden aktivieren, einfach um auch dann richtig arbeiten zu können. Wie aktiviere ich denn den Beckenboden, Judith? Das ist eine Frage, mit der wir ganz, ganz häufig konfrontiert werden. Und das Wichtigste bei einer Beckenbodenaktivität ist, nochmal einen Gang zurückzuschalten und sich der Wahrnehmung zu widmen. Also wie die Lena schon beschrieben hat, wir haben drei Schichten und wir Frauen haben auch drei Körperöffnungen, die die äußere Schicht betrifft. Und das Wichtigste ist einmal, dass wir überhaupt den Beckenboden wahrnehmen, spüren und die drei Schichten ganz einzelne, also komplett isoliert aktivieren kann. Und da lieben wir unsere Ampelübung. Sie ist meine Lieblingsübung. Eine Ampelübung. Genau. Können wir die schnell ausprobieren? Ja, können alle Zuhörerinnen mitmachen. Bin bereit. Und zwar, dabei stellt man sich vor, dass jede Körperöffnung eine Ampelfarbe hat. Die Harnröhre ist das rote Licht, die Vagina ist das gelbe Licht und der Afterschließmuskel ist das rote Licht. Und man lässt jedes Licht einzeln leuchten. Wenn man die Harnröhre aktivieren möchte, also den Harnröhrenschließmuskel, stellt man sich zum Beispiel vor, als würde man den Urinstrahl unterbrechen wollen, wenn man am WC sitzt. Bei der Vagina kann man sich vorstellen, also wer Tampons schon mal verwendet hat, dass man einen Tampon in der Vagina hat und man zieht an dem Schnürchen und möchte aber nicht, dass es rausgeht. Oder man stellt sich ein, man möchte einen Abkirschkern einsaugen. Okay, muss ich dich gleich fragen. Ich mache das jetzt gerade brav mit. Also natürlich dringend aufs Klo, kennt ja jeder, zusammenzwicken. Tampon möchte nicht raus, aber ist das nicht sehr ähnlich? Natürlich sind diese zwei Öffnungen örtlich auch sehr eng beisammen. Deswegen ist es da oft mit der Wahrnehmung schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber Übung macht die meiste. Genau. Genau, und dann haben wir noch den Afterschließmuskel. Da nehmen wir immer gerne das Beispiel her, dass man sich vorstellen soll, als hätte man eine Bohnensuppe gegessen und dann geht man auf das schöne Kinodate und man fährt mit dem Lift. Und da sind halt auch andere Leute drinnen und dann macht sich plötzlich die Bohnensuppe bemerkbar und dann muss man da probieren, den Wind zurückzuhalten. Finde ich super, eure Beispiele. Kann man sich gleich plakativ vorstellen und auch super mitmachen. Das heißt, diese Wahrnehmungsübung, das kann ich immer wieder mal machen, wenn ich einfach daran denke? Unbedingt. Also die Wahrnehmung kann man wirklich oder sollte man immer in den Alltag gut mit einbauen. Und wenn man das als gute Basis hat, erst dann sollte man wirklich mit der Aktivierung vom Beckenboden starten. Und da sagen wir immer, bitte Achtung an Expertinnen oder Experten wenden, weil einfach nur das klassische, ja zusammenzwicken, oder was auch ganz viele Kundinnen von uns, von den Gynäkologinnen und Gynäkologen berichten, das sagen, ja da hat es einfach Lift fahren oder einmal zusammenzwicken fest. Das ist nicht Beckenbodentraining und auch nicht nachhaltiges Beckenbodenkräftigen. Ganz wichtig, für das gibt es wie bei jeder Muskulatur einen stufenweisen Aufbauplan. Okay, und ganz kurz, Entschuldige, aber Lift fahren, verstehe ich nicht? Also ganz viele Frauen kennen im Beckenboden nur von der Anleitung, okay, wir haben mehrere Stockwerke und einmal aufgefahren, einmal abgefahren, fest zusammenzwicken, das ist Beckenbodentraining und nein, das ist Beckenbodentraining nicht, genau. Entschuldige Magdalena, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte noch ergänzen für alle Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt am Sessel recht rauf und abhupfen. Beckenboden anspannen ist bitte auch nicht Gesäßmuskulatur anspannen. Das heißt, man darf es eigentlich von außen jetzt in Ruhe nicht sehen, dass man den Beckenboden aktiviert. Das ist noch ein Hinweis, weil das sehen wir auch ganz oft. Frauen sind dann ein bisschen enttäuscht, wenn sie zu uns kommen und sagen, ja, sie machen eh schon jahrelang Beckenbodentraining. Dann sagen wir, ja, zeigen Sie bitte mal die Übung her und dann fängt sie plötzlich am Sessel zu hupfen an. Das ist leider nicht der Beckenboden. Hello, ich bin's mit einer kurzen Werbeunterbrechung. Ich würde euch nämlich gerne ganz kurz meinen Werbepartner für diese Episode vorstellen, Naturtreu. Wer ist Naturtreu? Ein deutsches Familienunternehmen, gegründet 2018 von zwei Alexandern, nämlich Adlung und Jansen, mit der Mission, Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher Basis zu entwickeln und dabei neue Maßstäbe zu setzen. Das soll heißen, jedes der Produkte wird nach den neuesten Erkenntnissen und Forschungsergebnissen konzipiert und mit den besten erhältlichen Rohstoffen hergestellt. Und der Markenname ist dabei selbstverständlich immer Programm. Also bei allem, was Naturtreu tut, gilt es, der Natur treu zu bleiben. Die Produktpalette ist wirklich riesig. Was uns Ladies in den Wechseljahren aber natürlich sehr entgegenkommt, ist das Produkt Wechselwunder von Naturtreu. Ganz kurz erklärt, was das ist. Wechselwunder ist ein innovativer Naturstoffkomplex, der eine einzigartige Kombination aus hochdosierter Jamswurzel, Rotklee, Baldrian, Vitaminen und Spurenelementen enthält. Durch ein schonendes Extraktionsverfahren ist ein besonders hoher Anteil an Diosgenin, erkläre ich gleich, was das ist, und Isoflavonen in Wechselwunder enthalten. Diosgenin ist eine Vorstufe des menschlichen Hormons Progesteron und Isoflavone gehören zu den sogenannten Phytoöstrogenen. Das sind pflanzliche Wirkstoffe, die den Geschlechtshormonen, genauer gesagt dem Östrogen, sehr ähnlich sind. Wechselwunder ist als Unterstützung für Frauen gedacht, die ihr Wohlbefinden verbessern wollen oder die frühzeitig gegen mögliche Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität während der hormonellen Umbauphase, sagen wir so, etwa durch Müdigkeit vorgehen wollen. Wechselwunder ist zu 100% vegan, ohne Gentechnik und frei von unerwünschten Zusatzstoffen. Wer sich jetzt denkt, okay, ihr hättet Lust, Wechselwunder einmal auszuprobieren, der kann auf www.naturtreue.de bestellen und mit meinem Code MENUMIO15 15% dabei sparen. Details dazu in den Shownotes. Da sind wir eh schon bei der nächsten Frage eigentlich drinnen, weil mich interessieren würde, also mit welchen Beschwerden kommen denn Frauen zu euch? Wahrscheinlich vom Alter her von bis, also auch schon angesprochen, Geburt ist natürlich Beckenboden ein Riesenthema. Also kann man erinnern, vor 16,5 Jahren, wie die weltbeste Tochter auf die Welt gekommen ist, haben sie zu mir dann gesagt, naja, aber da ist alles in Ordnung. Schauen sie halt, es war tatsächlich das Zaumzwicken, glaube ich, das machen sie halt ein bisschen regelmäßig und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber halt auch in den Wechseljahren ein Riesenthema Beckenboden. Also wer kommt alle zu euch? Also unsere Zielgruppe ist wirklich von einer 16-Jährigen bis hin zu 60-Jährigen, die einfach merkt, in ihrem Körper stimmt etwas nicht oder sie ist mit Situationen im Alltag oder in den Hobbys konfrontiert, wo sie merkt, da fühlt sie sich einfach nicht mehr wohl. Und das kann eben von starken Schmerzen bei der Regel oder beim Sex, überhin eben zu Tröpfchenverlust beim Sport oder bei Sachen wie Niesen, Husten, Lachen sein oder auch der verspannte Beckenboden begegnet uns in der Praxis sehr häufig. Verspannter Beckenboden bedeutet? Genau, man hört leider meistens nur vom schwachen Beckenboden, aber es gibt leider auch die andere Richtung, den verspannten Beckenboden. Das bedeutet, dass der Muskel so viel Spannung hat, dass er dann auch erst recht seine Aufgabe nicht übernehmen kann, nämlich flexibel zu arbeiten. Und da arbeiten wir dann ganz viel auch mit Entspannungstechniken, Dehnungsübungen oder arbeiten dann wirklich direkt am Beckenboden mit vaginalen Behandlungsmethoden. Also das heißt, wenn ich so ein Anzeichen habe, eben vielleicht als junges Mädchen, dass ich einfach wahnsinnige Schmerzen bei der Menstruation habe oder eben, das habt ihr mir auch im Vorgespräch gesagt, nein, es ist nicht normal, wenn auch nur ein Tropferl in die Hose geht, weil da war ich irgendwie so der Meinung, dass ich mir gedacht habe, naja, je älter man wird, kann das halt schon mal passieren, dass das in Ausnahmesituationen, wenn man lacht, wenn man sich anstrengt oder was auch immer, wo ihr gesagt habt, nein, also gar nicht, gar nicht, oder? Genau, gar nicht, gar nicht, das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Es soll, auch wenn es nur eine Ausnahmesituation ist, nie passieren. Und da läuten bei uns dann wirklich immer die Alarmglocken, dann ist es wirklich an der Zeit, dem Beckenboden und dem Körper Unterstützung zu bieten, weil einfach Folgeschäden somit gut vorgebeugt werden können. Und wenn das häufiger passiert, dann ist eh schon Alarmstufe rot angesagt. Und wenn ich das jetzt auch richtig interpretiere, also Beckenboden ist ja etwas, was ich auch eigentlich schon in jungen Jahren starte hätten soll, dass ich einfach ein bisschen Awareness drauflege, eben mit dieser Ampelübung und so weiter. Was ist jetzt, wenn ich bei der Ampelübung merke, okay, also meine Bohnen gehen durch oder was auch immer, also dann ist eh schon Alarmstufe rot oder habe ich dann da sowieso schon andere Symptome? Das Gute ist, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, man kann den Beckenboden wirklich jederzeit trainieren. Aber wir sagen immer, es soll zum Leben gehören wie das Zähneputzen. Also es soll eigentlich wirklich Routine sein, dass man den Beckenboden wahrnimmt. Das muss, wenn man jetzt wirklich gar keine Probleme hat, nicht immer das ausführlichste Kräftigungstraining sein, aber ab und zu den Beckenboden zu aktivieren, gerade bei Aktivitäten wie zum Beispiel schweres Heben oder eben beim Sport. Also immer dann, wenn der Beckenboden Belastung erfährt, das sollte auf jeden Fall wie das Zähneputzen zum Alltag auch dazugehören. Und auch das Wissen, was liebt mein Beckenboden und was hasst mein Beckenboden. Also auch da einfach ein großes Augenmerk drauflegen, wenn man da schon einfach ganz viel Belastung vom Beckenboden wegnehmen kann. Was kann ein Beckenboden lieben oder hassen? Unser Beckenboden liebt es zum Beispiel eben bei einer körperlichen Belastung in der Aktivität mitzuarbeiten oder unser Beckenboden liebt es einfach auch mal Entlastung zu bekommen. Also wenn man zum Beispiel viel auf die Füße ist oder wirklich immer aktiv ist, liebt er es einfach einmal in eine Position zu gehen, dass alle Organe wegrutschen, dass er einmal wirklich durchatmen kann. Und er hasst auf jeden Fall das Pressen am WC. Das ist nämlich auch ein bisschen so ein Thema, wo wir oft einen Aha-Moment schaffen, dass man auch beim Stuhlgang eigentlich nicht pressen sollte. Und das erzeugt natürlich sehr viel Druck auf dem Beckenboden, wenn man das tagtäglich, vielleicht oft sogar mehrmals so praktiziert. Spannend zum Thema Pressen auf der Toilette. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe das von meiner Mutter, von meiner Großmutter, keine Ahnung. Also dieses Ding wie nicht auf den kalten Boden setzen und nicht pressen auf der Toilette, sonst bekommt man Hämorrhoiden. Keine Ahnung, wie wahr das ist, aber da bin ich halt irgendwie so getriggert. Auf keinen kalten Boden setzen, nicht pressen auf der Toilette. Also habe ich schon instinktiv was richtig gemacht für den Beckenboden anscheinend. Ja, schön, dass du das schon so gelernt hast, weil vielen wird dann eher gelernt, in der Kindheit so schnell wie möglich aufs Klo zu gehen. Und dann geht es halt nur mit Pressen. Und da sagen wir immer, man soll wirklich aufs Klo gehen, wenn man muss. Und dann soll man sich aber auch dafür Zeit nehmen. Thema Wechseljahre wissen wir, haben wir schon in ganz vielen Folgen gehört, tut sich einfach hormonell viel, es stellt sich extrem viel um bei den Frauen. Wie betrifft es den Beckenboden? Also so wie jetzt bei mir, ich kann jetzt nur mich hernehmen, ich habe tatsächlich auch nach der Geburt keine Probleme gehabt mit dem Beckenboden. Bei mir ist noch alles dicht, wie es so schön heißt. Ich habe mich bis dato, bis ich euch kennengelernt habe, nicht wirklich damit beschäftigt, weil mir dachte ich, okay, Hackerl drunter, da habe ich kein Thema. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich auch in den Wechseljahren beckenbodentechnisch verändern. Was sind denn da so Eventualitäten, die kommen können? Oder ist es vielleicht sogar sowieso vorprogrammiert? Wie schaut es da aus? Also prinzipiell weiß man aus vielen Studien und auch wie in der Praxis und von den Kundinnen hören wir das immer wieder, der Beckenboden und das ganze Stützgewebe vom weiblichen Körper wird einfach weicher, weil, wie du schon gut erwähnt hast, einfach eine hormonelle Umstellung im Körper passiert. Und der Beckenboden braucht halt eine gewisse Spannkraft, dass er zum Beispiel eben Organe an Ort und Stelle halten kann. Also wir haben letztens gerade wieder eine Kundin gehabt, die dann bei uns in den Kurs gestartet ist und gesagt hat, ich habe nie Probleme gehabt, ich bin super aktiv, habe drei Kinder, alles war gut. Und jetzt auf einmal, die war 52 oder 54, hat es gesagt, von einem auf den anderen Tag hat sie das Gefühl gehabt, ihr fällt einfach alles nach unten hin raus. Und da ist einfach das Thema, erstens einmal, was sind Beckenbodenbeschwerden? Heißt ja nicht nur, dass man inkontinent ist, sondern auch eben das Gefühl hat, man kann nicht mehr die Organe an Ort und Stelle halten, man hat Schmerzen im Unterleib oder im unteren Rücken. Also auch das ist Beckenbodenthema. Und ja, da kann man einfach gut dagegen anarbeiten, beziehungsweise natürlich in der Prävention große, große Vorarbeit leisten. Da haben wir wirklich schon schöne Erlebnisse gehabt, wo Frauen eigentlich schon einen Operationstermin gehabt hätten, um die Organe wieder nach oben zu fixieren, sage ich jetzt einmal salopp. Und die konnten dann nach dem Beckenbodentraining dann auch den OP-Termin wieder stornieren und sind ohne OP-Termin trotzdem wieder gesund geworden. Jetzt bin ich ein bisschen geflasht. Ich habe das ja zuerst schon mal erwähnt von den Organen, die rutschen können. Also, dass das wirklich so massiv passieren kann, so wie es das jetzt du gerade geschildert hast, Judith, dass das von einem auf den anderen Tag bei einer vermeintlich gesunden, unter Anführungszeichen, Frau einfach so passieren kann. Und das heißt, dass dann viele Ärzte das operativ reparieren können, könnten, aber bei manchen vielleicht gar nicht notwendig, weil der Beckenboden nur unter Anführungsstrichen trainiert werden muss. Oder wie stellen wir das vor? Genau, also bei einer, man spricht dabei unter, also wenn sich die Organe nach unten senken, von dem Krankheitsbild Senkung. Und da gibt es verschiedene Schweregrade. Und eigentlich so bis Grad zwei und auch noch manchmal Grad drei kommt ein bisschen auf die Frau und auf den Schweregrad eben darauf an. Und wie man ihn definiert, kann man und soll man sowieso konservativ zuerst probieren. Und auch wenn eine Operation eben geplant ist, soll man davor ein Beckenbodentraining machen, weil nur mit einer Operation, wenn alles nach oben gehaftet wird, ist es nicht getan. Also auch dann gilt es natürlich, das mit Stützmuskulatur wieder in Form zu bringen. Also Beckenbodentraining ist Pflicht, egal ob Operationstermin oder nicht. Es gibt dann auch noch so Hilfsmittel, die man zusätzlich nutzen kann, wie zum Beispiel Pessare. Das sind aus Plastik geformte Würfel, die man sich auch dann vaginal einführen kann und die sozusagen auch die Organe an Ort und Stelle halten. Und damit kommen sehr viele Frauen wirklich gut zurecht. Jetzt haben wir schon ganz oft von Training und auch von Online-Kursen und so gesprochen. Das ist ja eigentlich euer Hauptfokus auch, oder? Also nicht nur, dass die Frauen zu euch kommen können, sondern ihr bietet Online-Kurse an. Genau, unser Ziel war eigentlich, das Beckenbodentraining für so viele Frauen wie möglich zugänglich zu machen, weil wir eben gemerkt haben, okay, es betrifft auch so viele Frauen. Viele reden vielleicht nicht drüber, weil das Thema eben so schambehaftet ist. Und wir wollten gerade diesen Frauen eine Möglichkeit bieten, sich ganz flexibel von zu Hause, ohne dass sie viel darüber sprechen müssen, um ihren Beckenboden kümmern können. Und deswegen haben wir eben 2022, Anfang 2023, Pelvi Queens gegründet. Und da war uns einfach auch unsere Vorab-Analyse ein großes Herzensanliegen, denn wir wollen eben Frauen ermöglichen, dass sie eine qualitative Betreuung bekommen und wirklich eine bedürfnisorientierte Begleitung erhalten, ohne dass sie wissen müssen, okay, ist mein Beckenboden zu schwach? Braucht er überhaupt Unterstützung? Weil ich habe vielleicht eh nur Rückenschmerzen. Und da kann man bei uns eben auch eine kostenlose Vorab-Analyse machen, die dauert zwei Minuten. Und dann bekommt die Frau am Schluss ein Ergebnis, braucht er Beckenboden-Unterstützung, ja oder nein? Und welche Unterstützung wäre für sie die beste? Also das sind einfach zwei, drei Fragen, wahrscheinlich ein paar mehr, die ich beantworte. Und das ist dann für euch einfach so, ihr könnt dann rauslesen, was die Frau wie braucht sozusagen. Stellen wir das so vor? Genau, also diese Vorab-Analyse ist automatisiert. Aber uns ist es natürlich wichtig, als Physiotherapeutinnen, auch als Expertinnen an der Seite zu stehen. Also sollte da ein Kurs herauskommen, wo die Frau der Meinung ist, sie glaubt nicht, dass der passt oder ein unklares Ergebnis rauskommt, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, mit uns Rücksprache zu halten. Wir haben dann auch die kostenlosen Beratungsgespräche, 15 Minuten, die die Frauen in Anspruch nehmen können, wo wir uns dann wirklich persönlich auch noch einmal mit ihnen austauschen können und einfach die perfekte Lösung für jede Frau finden können. Das finde ich voll schön. Also voll der individuelle Zugang, also nicht one course fits all, sondern je nach den Beschwerden, die eine Frau hat. Das finde ich ganz wichtig. Das ist auch in den Wechseljahren, finde ich, so wichtig. Generell ist, glaube ich, Gesundheit, Befinden, was ganz individuell ist. Aber ich glaube, solche Themen sind es einfach noch einmal um das Scheifell mehr. Und da finde ich das extrem super. Also warum man einen trainierten Beckenboden braucht, glaube ich, haben wir relativ gut durchgesprochen. Das Thema Inkontinenz vielleicht, ich möchte es noch einmal ansprechen, weil man es vielleicht wirklich nicht oft genug sagen kann. Und ich habe mir da auch im Vorgespräch irgendwie so ein bisschen Augen geöffnet, dass extrem viele Frauen davon betroffen sind, auch schon in jungen Jahren und so weiter. Und da einfach vielleicht noch einmal rauszulassen, hey, es ist nichts, wo man sich genieren muss, wo man sich verstecken muss oder womit man leben muss, oder? Genau, und wir sagen immer ganz gern, man soll mit anderen Frauen darüber sprechen, weil dann erlaubt man auch diesen Frauen darüber zu sprechen. Und so kann man sich einfach gemeinsam finden, austauschen. Und das praktizieren wir auch mit Pelvic Wiens ganz eng, diese Community, damit wir da einen Raum bieten für Frauen, sich über dieses Thema auszutauschen. Jetzt müssen wir noch ganz kurz klären, weil die meisten meiner Hörerinnen kommen tatsächlich aus Deutschland. Ihr seid in Oberösterreich, also in Österreich, aber eben durch die Kurse weltweit erreichbar, oder? Genau, wir haben auch Kundinnen, die aus Deutschland kommen und mit uns ihre Beckenbodenthemen angehen. Und genau, vielleicht auch noch einmal in Zahlen zu fassen, weil was sind viele Frauen? Es sind weltweit wirklich 200 Millionen Frauen von Inkontinenz betroffen, wobei man da auch noch ausgehen muss, dass die Dunkelziffer natürlich extrem hoch ist. Also Appell an alle Frauen, ihr seid es nicht alleine und wir bieten da wirklich eben Unterstützung, damit man mit Tröpfchen in der Hose nicht leben muss und eben auch Folgebeschwerden wirklich gut vorbeugen kann. Es gibt ja so Stressinkontinenz. Können wir das ganz kurz auch noch ansprechen, was das ist? Also Stressinkontinenz oder Belastungsinkontinenz kann man es auch nennen. Das ist eben die Inkontinenz, die entsteht, wenn Druck im Körper zustande kommt. Zum Beispiel beim Niesen, Husten, Springen, also gerade alle Mütter, die zum Beispiel nach der Geburt Trampolin springen. Also immer wenn Druck entsteht, dann ist das die Stressinkontinenz. Das bedeutet, der Beckenboden ist dann so schwach, diesem Druck entgegenzuwirken. Springen, nicht nur die jungen Mütter übrigens, sondern auch Frauen in den Wechseljahren, ganz wichtig, Springübungen, weil das ist vorbeugend für Ost- und Osterhose. Aber wie mehr zu essen. Sehr gut. Ich möchte noch ganz kurz ansprechen, ihr wart vor kurzem im Fernsehen. Ihr wart auf Puls 4 bei dem Format 2 Minuten, 2 Millionen und habt dort was vorgestellt, was gepitcht. Was gibt es denn darüber zu erzählen? Es war pure Aufregung. Das kann ich mir vorstellen. In Österreich ist ja dieses Format eigentlich sehr, sehr bekannt, weil da eben junge Unternehmerinnen, junge Unternehmer, Startups eben kommen, um ihr Produkt vorzustellen, um eben auch ein Investment im besten Falle zu erreichen. Aber heute auch, also ich glaube, die Erreichung der Masse ist halt auch durch die Fernsehsendung mittlerweile gegeben. Aber was habt ihr dort vorgestellt? Ja, unser Ziel war es, einen Aha-Moment zu schaffen. Und ich glaube, das haben wir auch recht gut gemeistert. Wir wollten einfach zeigen, wie sich Frauen fühlen können, wenn sie in der Öffentlichkeit mit dem Thema Inkontinenz konfrontiert werden. Wir haben somit unsere Online-Kurse vorgestellt, damit einfach auch die Zuseherinnen gleich dann eine Abhilfe haben. Das heißt, wenn man sich angesprochen gefühlt hat, dann hat man dann gleich auf unserer Website die passende Hilfe erfahren können. Und warum wir dann zusätzlich dort waren, war, weil wir neben den Beckenboden-Online-Kursen auch in der Hardware-Entwicklung aktuell tätig sind und für Frauen noch mehr Hilfe schaffen wollen, was das Thema eben Wahrnehmung, Visualisierung vom Beckenbodentraining betrifft. Wir werden nämlich immer mit der Frage natürlich konfrontiert, woher weiß ich denn, ob ich den Beckenboden richtig aktiviere bzw. tatsächlich aktiviere. Und da sind wir jetzt gerade noch dabei, auch dafür eine Lösung zu finden. Okay, und wie kann diese Lösung ausschauen? Kann man das schon benennen oder ist das nur geheim? Oder habt ihr es im Fernsehen gesagt? Dann müsst ihr es jetzt im Podcast auch sagen. Wenn ihr es nicht im Fernsehen gesagt habt, habt ihr es dann nicht. Wir haben es nicht gesagt, wir haben eben nur gesagt, dass es ein Hardware-Produkt ist, das zur Visualisierung vom Trainingseffekt dienen soll. Und was wir noch sagen können ist, es ist eine frauenfreundliche Variante von den Produkten, die bereits am Markt sind. Klingt sehr kryptisch, aber ich sehe schon. Wir lassen es spannend sein. Ich schaue da in zwei Gesichter, die mir signalisieren, wir fragen da jetzt nicht weiter nach, sondern bleiben einfach gespannt. Wie man euch findet online und so weiter, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Wir können es auch ganz kurz erwähnen. Wo findet man euch? Wie nehme ich am besten mit euch Kontakt auf? Wir sind über alle Social-Media-Kanäle erreichbar mit dem Namen atPelriQueens und wir haben eine Website. Dort kann man sich eben auch für die Beratungsgespräche zum Beispiel anmelden oder die Kurse dort auch kaufen oder zumindest mal die ersten Informationen finden. Und eben die kostenlose Vorab-Analyse in Anspruch nehmen, die ist ganz groß auf der Startseite zu finden. Haben wir jetzt schon gesagt, die Startseite findet man unter www.pelriqueens.com. Sehr gut. Zum Abschluss möchte ich euch gerne meine Fragen aus der Community stellen. Meine Community hat die Möglichkeit, per Instagram oder per Facebook tatsächlich auch mir Fragen zu schicken oder gern per E-Mail daniela.menumio.at Und starte mit der ersten Frage von der S. Sabine. Also ein kreativer Name, um Sabine auszudrücken. Welche Zwischendurchübung ist effektiv? Die Ampelübung haben wir ganz am Anfang erklärt. Genau, die Ampelübung. Und dann würden wir der Sabine wirklich ans Herz legen, einmal herauszufinden mit unserer Vorab-Analyse. Was braucht dein Beckenboden, liebe Sabine? Braucht er wirklich Kräftigung oder ist Entspannung angesagt? Das ist eigentlich voll wichtig, glaube ich, was wir vielleicht da gleich nochmal unterstreichen sollten. Also eh schon, wie wir es gesagt haben, dieses Zusammenzwicken und und und, das ist nicht für jede Frau richtig, sondern kann genau in die Gegenrichtung schlagen, oder? Genau, das ist dann, wenn die Frauen merken, ihr Training bringt nicht den gewünschten Effekt, dann sollte man wirklich mal überlegen, ist es überhaupt diese Trainingsart, die hilfreich ist. Die Blenk-Klodin möchte ich gerne wissen, was ist die beste Übung bei Inkontinenz? Auch hier muss man leider ein bisschen schwammig antworten, denn Inkontinenz kann genauso bei einem verspannten Beckenboden entstehen, weil er eben da auch nicht flexibel arbeiten kann. Das heißt, auch hier muss man leider sagen, zuerst einmal herausfinden, was braucht der Beckenboden überhaupt? Die Theresia schreibt, spannend, zeugt genau auf das ein, was ihr im Petto habt. Wie mache ich Übungen richtig und woher weiß ich, dass ich den Beckenboden richtig anspreche? Genau, also erstens einmal sollte wirklich die Anleitung von Expertinnen durchgeführt werden, weil wir leiten jetzt schon Jahre, Jahre lang Hunderte oder wahrscheinlich schon Tausende von Frauen an und haben da immer gutes Feedback. Also man kann da schon mit guter Anleitung und einfach Austausch super viel erreichen und wir geben auch in unseren Online-Kursen Tipps, wie man erkennen kann, dass der Beckenboden jetzt schon aktiv ist. Also da gibt es ein paar Tipps und Tricks, die wir da in unseren Kursen preisgeben und vielleicht einen Tipp, den wir teilen können. Legt einfach einmal eine Hand in den Schritt und probiert, den Beckenboden zu aktivieren und schaut einmal, ob ihr was spürt. Okay, sehr gut. Ja, spannend. Was ich vielleicht auch noch ganz kurz mitgeben möchte, haben wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Also wenn der Gynäkologe, die Gynäkologin schon meint, Beckenboden könnte ein Thema sein, trotzdem vielleicht nochmal zu Profis, wie ihr es seid, zu gehen, weil ihr gesagt habt, ihr habt ja ganz oft die Erfahrung oder macht ganz oft die Erfahrung, dass Frauen von Arzt, von Ärztinnen kommen und nicht immer optimal beraten sind. Ja, ich habe jetzt leider auch schon sehr oft gehört, dass manche Gynäkologinnen oder Gynäkologen auch den Beckenboden gezielt gar nicht anschauen. Also sie testen gar nicht die Kraft. Und da ist es schon wichtig, sich einfach auch mehr Klarheit zu holen. Und vor allem, wenn man halt unter klassischen Beschwerden leidet, wie ich fühle mich instabil, ich habe das Gefühl, es drückt nach unten, ich habe immer wieder untere Rückenschmerzen. Meine Scheidentrockenheit macht mir irgendwie zu schaffen, weil ein großes Thema in den Wechseljahren ist. Das sind einfach Themen, die man mit dem Beckenboden einfach sehr positiv beeinflussen kann. Und es ist total okay, wenn vielleicht der Gynäkologe oder Gynäkologin sich auf das nicht spezialisiert hat, weil es muss sich nicht jeder überall auskennen. Aber da einfach auch der Appell an alle, einfach qualitative Informationen holen und einfach auch die Expertise dahinter wirklich hinterfragen. Vielen, vielen Dank. Extrem viel Infos, viel wertvolle Infos, viel Augen öffnen. Und bei mir zumindest war dabei, ich hoffe bei euch auch. Wie gesagt, wie man euch findet, haben wir schon kurz besprochen, ist aber auch alles in den Schonuns drinnen. Bevor ich jetzt ganz zum Abschluss komme, möchte ich noch kurz anteasern, dass auch ihr zwei, obwohl ihr ja noch zu jung tatsächlich seid, für die Wechseljahre mein Freudenbuch ausgefüllt habt. Aber jetzt sage ich mal Danke fürs Dasein. Danke für die Einladung. Dankeschön. Menomio erscheint immer freitags, alle 14 Tage, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke bei Spotify. Bitte bewerte Menomio auch, damit das Thema Wechseljahre noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und jetzt, wie angekündigt, das Menomio-Freudenbuch von dir, Magdalena, und von dir, Judith, ausgefüllt. Wie gesagt, so weit es geht. Ich stelle meine Fragen einfach vielleicht zuerst dir, Magdalena, dann dir, Judith, und ihr beantwortet es bitte so gut wie möglich. Daran merke ich, oder daran werde ich wahrscheinlich merken, dass ich in den Wechseljahren bin. Durch hormonelle Veränderungen, bei mir werden es vielleicht die Hitzewallungen sein, weil mir ist jetzt schon immer ganz schnell heilt. Ich glaube auch, dass die hormonelle und vor allem körperliche Veränderung ein großes Thema sein wird. Ist ja vielleicht ein bisschen zu vergleichen wie stillen oder schwanger sein. Und da kann ich mir der Leder mit die Hitzewallungen anschließen. Ich kenne es vom Stillen, dass ich da immer ausgeronnen bin. Die gute Nachricht, man kann sich vorweg informieren, wie zum Beispiel bei Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Und dann sieht man, ja, es ist eine herausfordernde Zeit, aber es ist eine extrem spannende Zeit, kann ich euch jetzt schon mal anteasern. Und ja, da tut sich nun mal richtig viel. Ich nenne es ganz gern die Pubertät für Erwachsene. Was glaubt ihr, die größte Herausforderung in den Wechseljahren könnte sein, könnte werden? Ich glaube, dass man sich wieder auf den neuen Körper einstellen muss. Das ist, man hat, glaube ich, immer viele Abschnitte und dann fühlt man sich vielleicht trotzdem mit 50 oder 45 so weit, dass man denkt, eigentlich habe ich schon alles, alles, alles durchlebt. Was kann nur groß kommen? Und ja, ich glaube, es bleibt immer spannend. Unser Körper ist ein Wunder. Und wir sagen immer, jedes Wunder darf Unterstützung annehmen. Schön. Magdalena? Ich denke auch, dass es eine Herausforderung ist, den Körper wieder auch vielleicht neu lieben zu lernen, dass man aber merkt, okay, mehr Falten im Gesicht zum Beispiel ist jetzt kein Schönheitsmakel, sondern es zeigt einfach, was man schon alles auch erlebt hat. Gibt es irgendwas, was ihr gerne früher über die Wechseljahre wissen würdet wollen? Puh, mit Konjunktiv bin ich leider ganz schlecht. Oder, keine Ahnung, habt ihr eine Frage an mich, was das Thema Wechseljahre betrifft? Also ich habe mich ja ein bisschen auch informiert vor der Podcastaufnahme und ich habe es ganz interessant gefunden, dass man total durch natürliche Hilfsmittel die Wechseljahre super unterstützen kann. Und da würde ich gerne mehr darüber erfahren. Da gibt es tatsächlich ganz viele Folgen auch schon dazu, weil es eben, wo wir wieder beim Thema individuell sind, es ist ganz individuell. Also ich glaube, es müssen nicht gleich die Hormone sein, aber ich glaube, es gibt einen Punkt bei Wechseljahresbeschwerden, wo das einfach super Helferleins sind. Gibt es mittlerweile auch mit den Bioidenten-Hormonen wirklich gute Produkte, die leider in sehr einem schlechten Ruf nach wie vor sind und da ganz viel Aufklärungsbedarf einfach besteht, um den Frauen wirklich zu sagen, ich müsste keine Angst haben. Aber Ernährung ist zum Beispiel ein riesengroßer Hebel in den Wechseljahren. Es ist die Stressreduktion und der gute Schlaf tatsächlich. Wenn ich diese Säulen so halbwegs im Griff habe, dann ist das schon mal gut. Und ganz wichtig, Training, Krafttraining, ein riesengroßes Thema für die Wechseljahre. Und die Wechseljahre beginnen ab rund 38 Jahren und haben nichts damit zu tun, ob man die Regeln noch hat oder nicht. Also das werde ich nicht müde, immer wieder, ich glaube mittlerweile in jeder Episode zu betonen, weil das ist etwas, wo ganz viele Frauen auf mich nach wie vor zukommen und sagen, ah, der Podcast, du, ich habe die Regeln noch. Wo ich dann immer sage, voll gut, ich habe es auch noch. Aber ich weiß, du bist auch über 38 und du bist halt einfach in den Wechseljahren. Genau. Eine Geheimwaffe vielleicht für die Wechseljahre. Könnt ihr euch da was darunter vorstellen? Also bei mir ist es Bewegung. Du hast es eh gerade schon angesprochen. Ich habe damals auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie Krafttraining auf Frauen in den Wechseljahren wirkt. Und da hat man einfach ganz deutlich gesehen, dass eben Themen wie Osteoporose dadurch um einiges verbessert werden oder die Hormone sich vielleicht auch zum Teil selber regulieren. Also Bewegung und deswegen sind wir, glaube ich, auch jetzt schon so motiviert, viel Bewegung zu machen, ist sicher eine große Unterstützung auch. Super. Und ich glaube ja, dadurch, dass ihr euch immer schon auch sehr mit dem Körper und so weiter beschäftigt, habt ihr vielleicht den einen oder anderen Vorsprung. glückliche Wechseljahre. Was heißt das für euch, Judith? Ich denke wirklich, dass das Wort glücklich das Ganze am besten beschreibt. Also wie man einfach auch in die Situationen hineingeht, dass man nicht sagt, oh mein Gott, es kommt wieder was Neues, sondern okay, cool, es kommt was Neues. Und einfach mal, ja, es kommen neue Zeiten, man hat vielleicht mehr Zeit für sich, man kann sich Sachen rausnehmen und auch, dass man ja auch die Liebe nochmal neu aufflackern lässt. Also ich glaube, dass da der Partner eine ganz große Rolle spielt. Also ja, ich glaube, glücklich sein ist nicht nur für die Wechseljahre, sondern für ganz, ganz viele Situationen im Leben ein Heilmittel. Das ist ein super Hebel, genau. Magdalena? Also ich wäre in meinen Wechseljahren eben glücklich, wenn ich meinen Körper einfach so akzeptieren kann, wie er in diesem Moment ist. Voll schön. Mit diesen sehr weisen Worten würde ich voll gerne schließen. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Und an euch, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit. Vielen Dank.